Hallo und willkommen bei Shanoak Tarot. Willkommen auf diesem Kanal. Ich möchte heute Karten legen für Sternzeichen Stier. Und zwar geht es um den Zeitraum 1. Monatshälfte Februar 2023 und zwar der 1. bis 15. Februar ist hiermit gemeint. Ich habe dafür diese drei Tarotex vorbereitet und möchte gerne mit euch gemeinsam schauen, was die Stiergeborenen in dem Zeitraum so erwarten könnte. Es ist eine allgemeine Erlegung an das Kollektiv gerichtet kann und wird hier nicht auf jeden Einzelnen zutreffen. Deswegen entscheide selbst, ob du dich hier angesprochen fühlst oder auch nicht. Falls nicht, sei nicht traurig, vielleicht beim nächsten Mal. Für die, wo es passt, können die Rollen auch vertauscht sein. Und wenn Personenkarten aus den Decks auftauchen, das erwähne ich jedes Mal ganz deutlich, kann es für beide Geschlechter stehen. Wenn Königinnen, Könige, Pagen, Ritter, Herrscherinnen, Herrscher auftauchen, bitte nicht auf das Geschlecht der Karte fokussieren, sondern in alle Richtungen denken. Okay, dann schauen wir mal. Ich ziehe erstmal drei Karten, um zu sehen, was ist hier so das Thema in den ersten zwei Wochen des Februars. Was stehen da für Überraschungen an? Was ist die Herausforderung, die Aufgabe oder die Chance in diesem Zeitraum? Ach, jetzt sind vier gekommen, dann machen wir das. Also insgesamt vier, dann machen wir das auch mal. So, was haben wir hier? Ja, zunächst mal hier der König der Stäbe, der sitzt da und lacht und freut sich. Der ist total optimistisch und auch guter Dinge. Ja, der König der Stäbe ist ein kraftvoller Mann, der sich durchzusetzen weiß, der immer nur die Sonnenseite des Lebens sieht. Ja, und damit auch sehr gut fährt, weil wenn man natürlich optimistisch und auch mutig in die Zukunft schaut, dann wird es auch meistens gut. Ja, eine Frage der Resonanz. Jedenfalls will dieser König der Stäbe hier etwas umsetzen. Vielleicht betrachtet er eine gewisse Situation, die sich hier aber als schwierig erweist. Weil wir haben hier drei Schwerterkarten und die sind in der Regel unangenehm. Es liegt hier eine Situation vor, die schon länger stressig ist. Ja, vielleicht auch einen niederdrückt, einen traurig macht, schlechte Stimmung verbreitet, Sorgen ohne Ende. Ja, ja, auch Sorgen nachts. Also man quält sich hier mit irgendwas. Könnte hier durchaus mit einer Entscheidung zusammenhängen, weil wir haben hier zwei der Schwerter. Aber es ist alles sehr mühselig, sich da durchzuwursten. Es findet vieles hier im Kopf statt. Der Kopf blockiert irgendwie ganz viel. Ja, um aus einer stressigen Situation rauszukommen, geht einer in den Rückzug hier mit vier der Schwertern. Jemand blockt hier die Kommunikation oder taucht unter, verweigert die Kommunikation. Hier könnte auch einfach die Situation gegeben sein, dass jemand sich eine Auszeit gönnt, um über das Ganze nachzudenken. Um vielleicht nicht vorschnell eine Entscheidung zu treffen, eine falsche Entscheidung, die hier im Raum steht. Die Gefahr ist hier groß, dass man einfach zu stark im Kopf ist und sich auch blockiert, nicht in der Lage ist, hier eine Entscheidung zu treffen. Einfach, ja, Klarheit reinzubringen. Hier fehlt die Klarheit, es ist alles sehr diffus. Und diese ganzen Sorgen, das ganze Sorgenpaket hier erschwert diese Situation auch noch. Also jemand zieht sich hier zurück oder hat sich zurückgezogen, was auch mitunter hier das Problem darstellen könnte. Hier ist auch so ein bisschen die Konfliktvermeidung ersichtlich. Die Befürchtung liegt nahe, wenn ich das und das sage und anspreche oder ausspreche, dann gibt es hier Streit. Dann rasseln wir einander. Ja, die Frage ist, wie löst dieser König der Stäbe das? Weil der König der Stäbe will sich eigentlich mit sowas nicht beschäftigen. Der König der Stäbe ist ein aktiver Mann, der in die Handlung geht. Und nicht Ewigkeiten hin und her alles zerdenkt und sich nur mit Problemen beschäftigen möchte. Das sind ja traditionell hier die Feuerzeichen. Das ist Widder, Schütze und Löwe-Energie. Die bleiben da nicht so gerne in so einer Belastung verhaftet. Die kriegen da ganz schnell schlechte Laune, wenn sie sich hier so eine Sorgen präsentiert bekommen. Ich ziehe erstmal weitere Karten. Ich nehme dann später nochmal Bezug dazu. Ich schaue zunächst mal hier auf dich, lieber Stier. In welchem Modus befindest du dich denn in den ersten zwei Februar-Wochen? Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Wie zeigst du dich nach außen? Zehen der Schwerter. Also das muss hier nicht eine private Angelegenheit sein. Ja, also wenn du jetzt sagst, in meiner Beziehung, in meiner Ehe läuft das perfekt. Dann ist das hier was anderes. Dann ist das hier einfach eine Situation mit deinem Freund oder mit deiner Familie oder mit dem Arbeitgeber. vielleicht mit deinem Vermieter oder was Vertragliches, ja. So, Zehen der Schwerter, Zweide Münzen, Aste Münzen. Es ist ja auch eine Zukunftslegung und manchmal kommen Dinge völlig überraschend aus dem Nix und man muss sich damit auseinandersetzen. Aste Stäbe. Also es ist möglich, dass hier zwei verschiedene Themengebiete präsentiert werden oder ein Themengebiet, weil wir haben hier zunächst mal mit Zehen der Schwerter eine Situation, wo du sagst, das ist für mich jetzt hier gegessen. Da will ich nicht nochmal zurück, das ist für mich erledigt. Ja, eine stressige Phase mit jemandem oder in einer Situation, also irgendwas hatte ich hier ziemlich zermürbt. quasi zu Boden gerissen und du sagst, nee, also ich will mich darauf nicht mehr einlassen, das hat mir nicht gut getan. Ja, dass das hier eine Sache ist, die einfach beendet ist. Könnte aber auch sein, dass du hier etwas für dich im Kopf als abgehakt ansiehst und dann doch nochmal ins Straucheln kommst, weil wir haben hier zwei Asse, ja. Dass man irgendwas beendet, dann Häkchen drunter macht und dann kommt man doch wieder ins Straucheln, weil hier sie Chancen auftun, das wieder aufzugreifen. Weil du hier mit den zwei der Münzen auch so am Überlegen bist. Hier haben wir auch zwei der Schwerter. Hm, soll ich mich darauf einlassen oder nicht? Könnte hier aber auch eine ganz neue Situation, eine ganz andere Situation darstellen, dass dir hier zwei Angebote präsentiert werden oder dass du dich entscheiden musst, folgst du hier den Münzen oder den Stäben? Die Münzen sprechen ja von Langfristigkeit, Erfolg und Stabilität, ja. Das Arzt der Stäbe, wenn man diesem folgt, wenn man sich darauf einlässt, ja, das ist schon sehr verlockend, ja. Die Stäbe stehen ja auch für sehr starke Anziehung, Faszination, Inspiration. Man ist dann einfach so mitgerissen und das macht Spaß, ja, bei den Stäben. Hier muss man für was tun, hier muss man dafür arbeiten, ja, Energie reinstecken. Hier wird einem der Erfolg nicht geschenkt und ist auch nicht sofort sichtbar. Da muss man dranbleiben, damit sich hier die Erfolge einstellen. Bei den Stäben ist es ja so, dass man das Gefühl hat, hey, cool, ich mach das jetzt, das kommt gut. Man ist da wie, ja, in so ein, ja, man kann sich davon nicht so richtig zurückhalten, weil es einfach so verführerisch ist, dieses Arzt der Stäbe. Und du überlegst jetzt hier, hm, für was soll ich mich entscheiden, was soll ich machen? Ist es von Langfristigkeit, habe ich Erfolg damit oder ist es nur so ein Strohfeuer, was mir hier geboten wird? Ich werde dann später nochmal Erklärungskarten drauflegen. Ich lege zunächst mal hier auf die Gegenseite, um zu schauen, was ist so bei deinem Gegenüber los, wie reagiert das Gegenüber? Könnte hier eine Person bis hin zu einer Personengruppe darstellen? Könnte hier deinen Partner, Ex-Partner, Familie, Freunde anzeigen? Habe ich ja schon erwähnt, ich glaube, ich wiederhole mich. Entschuldigung, ja, da haben wir diesen feurigen Ritter der Stäbe, der euch hier locken möchte. Kann auch für eine Frau stehen, ja, bitte nicht davon ablenken lassen, dass hier ein Ritter angeritten kommt. Also eine männliche Figur abgebildet ist. Fünf der Kelche Neun der Schwerter Königin der Kelche Königin der Kelche Entschuldigung, also hier ist definitiv dieser Ritter der Stäbe, der euch hier locken möchte. Jemand will euch hier verführen. Jemand ist sehr interessiert in eure Richtung. Ja, das könnte ein Angebot sein. Das könnte jemand sein, den ihr neu kennenlernt. Ein neuer Kontakt, neues berufliches Angebot. Könnte hier auch eine Nachricht sein, die hier reinkommt, die euch in Flammen versetzt. Also jemand ist hier auf Eroberungszug in eure Richtung. Und möglich auch, dass ihr hier Schwierigkeiten habt, zu differenzieren, ist das Angebot jetzt hier ernst gemeint, weil ihr geht hier davon aus, dass es was Ernstes sein könnte. Ja, ihr streckt hier die Hand aus mit dieser Münze in diese Richtung. Und euch wird aber ein Ast der Stäbe präsentiert. Ja, ihr wollt ja Stabilität, ihr seid ja Stiere. Ihr wollt Langfristigkeit, ihr wollt Ehrlichkeit, Verlässlichkeit. Ihr seid ja nicht so die großen Fans von Strohfeuern, weil ihr sagt, ich gehe bedächtig mit meiner Energie und mit meinen Ressourcen um. Wenn, dann soll sich das auch lohnen und ich möchte auch nicht verarscht werden. Ich will ernst genommen werden, genauso gut wie ich meine Mitmenschen ernst nehme mit ihren Anliegen. Bestehe ich darauf, dass auch mir das Gleiche zusteht. Und hier dieses Ast der Stäbe und der Ritter der Stäbe, das könnte hier tatsächlich auch nur ein Strohfeuer sein. Etwas, was so aufflammt, aber dann morgen wieder vergessen ist. Oder ja, wo dann dieser Ritter einfach in eine andere Richtung weiter reitet. Weil der Ritter der Stäbe, der möchte ja Abenteuer. Der will ja Kurzlebigkeit. Der ist auch nicht so stabil in seinem Auftreten. Er hat zwar immer tolle Ideen, ist schnell begeistert und auch begeisterungsfähig. Kann andere ganz schnell motivieren und ist aufgrund seines schnellen Tempos auch so interessant. Da entwickeln sich die Dinge auch sehr schnell. Aber genauso gut kann er auch schnell wieder verschwinden. Der Ritter der Stäbe kann auch seine Angebote nicht so lange aufrechterhalten. Da fehlt einfach diese Stabilität. Stabilität, weil wir haben hier einen König der Stäbe. Hier ist ein Ritter. Das steht nicht so im Verhältnis. Das bewegt sich nicht auf Augenhöhe. Also der Ritter würde den König enttäuschen in der Regel. Dann haben wir hier diese fünf Kelche, neun der Schwerter und diese Königin der Kelche. Also ich meine, das ist hier eine andere Energie. Das ist eine andere Person, mit der ihr es zu tun habt. Das ist eine Königin der Kelche. Das ist ein Mensch, ja, Wasserkraft, Krebsfische, Skorpion. Jemand, der sehr gefühlvoll ist, auch sehr verletzlich, sensibel, handelt, stark emotional geprägt. Ja, hier ist mit diesen fünf Kelchen und neun der Schwerter eine ganz große Traurigkeit und auch eine Ohnmacht ersichtlich. Ja, die man starke Verlustängste macht sich große Sorgen. Ich glaube, weil bei dir sind diese zehn Schwerter. Für dich ist es eigentlich schon gegessen, aber dieser Mensch gibt hier noch nicht auf. Ja, da sind noch Gefühle da, definitiv. Wenn es was Berufliches ist, ja, ist hier nicht auszuschließen, dann, ja, ist hier definitiv jemand da, angezeigt, der immer noch sehr stark an euch hängt. Ja, für den es noch nicht vorbei ist. Ja, vielleicht war eine berufliche Zusammenarbeit geplant mit jemandem und es hat nicht so richtig funktioniert. Du sagst, für mich ist das gegessen, hat nicht funktioniert, ist nicht meine Baustelle und hier ist aber jemand, der sich das aber sehr stark erhofft hat mit euch. Also für diesen Menschen ist das hier noch nicht vorbei, habe ich den Eindruck. Ich kläre das jetzt mal mit dem anderen Deck. Fünfter Schwerter. Die Mäßigkeit. Zweite Kälte. Ast der Stäbe unter dem Ast der Stäbe. Ja, die Anziehung ist, glaube ich, auf beiden Seiten da. So, die Kraftkarte unter dem Ritter der Stäbe. Also, hier ist ganz schön viel Feuer. Anziehung da. Kann man sich schwer zurückhalten, weil, also hier, also diese Vierer, äh, diese vier Karten hier, ja. Zwei Ast der Stäbe, Ritter der Stäbe und die Kraftkarte, das kann auch wirklich für ein berechtigt heißes Abenteuer stehen. Also, ich verstehe, wenn man da sich nicht zurückhalten kann. Ähm, ähm, so. Hier siebende Kälte und die Sonne am Ende. Ja, mit zehn der Schwerter. Ja, fünf der Schwerter und das Zehn der Schwerter. Du sagst, das ist hier für mich gegessen, weil ich habe keine Lust mehr auf Stress, ja. Fünf der Schwerter ist eine heftige Konfliktkarte. Also, das sind hier auch Ego-Kämpfe, ja. Ähm. Ja, du sagst, ich habe keine Lust mehr, mich zu ärgern. Ich will das nicht mehr. Vielleicht hackst du auch irgendwas ab, um dich einer Konfrontation zu entziehen, weil du sagst, also, ich werde darauf nicht mehr eingehen. Ich werde da nicht mehr weiter in der Richtung diskutieren, weil ich weiß, es bringt ja nur Streit und ich ärgere mich hinterher. Und dann geht es mir nicht gut, das zieht mich runter. Ja, die Mäßigkeit unter diesen zwei Münzen, du haderst sehr stark, ja, hier. Die Mäßigkeit auf dieser Karte sehen wir auch, diesen Engel, der zwei Kälte hin und her schwappt. Hier wird auch mit zwei Münzen jongliert. Also, es fällt dir nicht leicht. Du brauchst da ein bisschen länger, um das hier für dich zu entscheiden, was du möchtest, was du willst und was für dich das Beste ist. Die ist wichtig, dass du danach Ruhe hast, ja, dass das Ganze richtig ist, was du hier entscheidest, dass du hier zur Ruhe kommen kannst. Also, hier ist der Frieden für dich auch total wichtig, so vielleicht auch Seelenfrieden, innerer Frieden, ja, weil hier mit diesen fünf Schwertern, hier war schon irgendwie ziemlich Ärger, zumindest in der Vergangenheit, ersichtlich. Ja, du streckst hier die Hand mit diesem ersten Münzen, du siehst hier eine tolle Chance auf zwei der Kälte, du sagst, hey, das ist hier eine schöne Sache, ich erhoffe mir hier mehr. Ja, hier ist eine große Hoffnung auf was Erfüllendes, was dich selbst auch glücklich macht, ja. Erst der Stäbe und zwei der Kälte, das ist wirklich das perfekte Glück, privat wie auch beruflich, ja, von Stabilität unterstützt. Und wie gesagt, hier dazu habe ich schon was gesagt, diese ganze Feuerenergie hier könnte hier auch für Löwen stehen, starke Löwekraft. Ja, das steuert hier in deine Richtung und, ja, ist auf jeden Fall sehr verlockend, das was hier kommt. Sehr verlockend. Ja, könnte auf der körperlichen Ebene auch eine sehr starke körperliche Anziehung darstellen, also jemand, wo du sagst, ja, fantastisch, ich kann mich gar nicht davon satt sehen, wie toll dieser Mensch aussieht, ja. Oder wenn es ein berufliches Angebot ist, wo du sagst, ey, darauf habe ich ewig gewartet, dass das hier kommt, ja. Also, ähm, ich verstehe, dass man sich da kaum zurückhalten kann. Nun, hier auf der anderen Seite, dieser Mensch, der so traurig ist, ja, ich glaube, dieser Mensch hat hier wirklich wenig Hoffnung. Also, dieser Mensch wünscht sich das zwar, die Liebe ist noch da, aber, ja, mit Zehn der Schwerter, glaube ich, weiß dieser Mensch auch. Im Kopf, dass die Sache gegessen ist, dass man da nicht wieder anknüpfen kann. Und auch diese Streitigkeiten, die hier vorgefallen sind, ja, das war hier auch sehr verletzend für dein Gegenüber. Oder dieser Mensch weiß, dass er sie dich damit stark verletzt hat. Ja, neun der Schwerter, sieben der Kelche, dieser Mensch grübelt und ist sehr damit beschäftigt, das Ganze zu verdauen. Und dieser Mensch versteht nicht, was schiefgelaufen ist, ja. Ja, mit sieben der Kelche. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich nicht gesehen? Was habe ich nicht erkannt? Ja, eine große Verwirrung ist hier. Unter der Königin der Kelche die Sonne. Die Klarheit kommt aber für diesen Menschen, ja. Auch diese Klarheit und so dieses sich damit arrangieren. Ja, das einfach verdauen. Das schafft dieser Mensch schon. Dieser Mensch wird die Klarheit bekommen, ja. Weil sieben der Kelche ist halt so eine Unklarheit. Warum, weshalb, wieso, passiert mir das und, ne. Aber dann kommt hier diese Klarheit. Das Verständnis. Das Begreifen. Ich ziehe nochmal zum Schluss zwei Hinweiskarten für dich, lieber Stier. Das könnte hier für dich noch von Bedeutung sein. In dieser Situation. Page der Münzen und die hohe Priesterin. Ich glaube, du weißt instinktiv, in welche Richtung du dich bewegen sollst. Wer oder was das Richtige für dich ist. Hier der Hinweis auf die hohe Priesterin. Hör bitte auf deine Intuition. Versuch da mehr, auch hier mit der Mäßigkeit, auf dein Gefühl zu hören. Im positiven wie auch im negativen Sinn. Ja, wenn dich dein Gefühl warnt, dann hör auch darauf. Und wenn dein Gefühl dir sagt, das ist das Richtige, dann hör auch darauf. Also hier dieses Verbinden mit dem Inneren ist hier ganz wichtig. Sich nicht so vom Kopf ablenken lassen. Wir haben hier ganz viele Schwerterkarten. Und gleichzeitig auch diese feurige Verführung. Beides ist nicht leicht in der Entscheidungsfindung. Aber ich denke, du wirst hier das Richtige tun. Na gut, ich hoffe, ihr konntet einiges für euch hier mitnehmen. An Gedanken, an Inspiration. Ich wünsche euch alles Gute und vielleicht bis bald wieder. Tschüss. 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 Vielen Dank.